Und herzlich willkommen, liebe Geschwister, zum heutigen Vortrag. Und zwar geht es weiter mit einer Station auf dem Wege zu Allah subhanahu wa ta'ala und wir müssen uns immer daran erinnern, dass diese Stationen, die wir besprechen, nicht Städten sind, die man verlässt, sondern die man immer mitnimmt. Wie ich mal sagte, wie eine Tankstelle, du tankst da, aber die verlässt du nicht mehr, sondern die nimmst du jedes Mal mit, denn jede Station auf dem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala wird immer benötigt. Jede Station wird immer benötigt. Und heute sprechen wir, insha'Allah ta'ala, über die Station al-Zhikr. Al-Zhikru, also das Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala. Und Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala sagte, Al-Zhikru ist der Banner der Gefolksamkeit. Also was soll das bedeuten? Das ist das Motto, wenn man sagen möchte, der Gefolgsleute Allahs. Ein Gefolgsmann ist ein Wali, ein Wali, also ein Nahestehender, jemand, der Allah nahe ist, ein Freund Allahs, also jemand, der von Allah geliebt wird. Und das Motto der Freunde Allahs, Gefolgsleute Allahs, der Nahestehenden zu Allah ist, deren Motto, deren Fahne, deren Flagge, Banner ist das Gedenken Allahs. Das macht sie also aus, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala viel gedenken, dass sie seinen Namen immer und immer erwähnen. Und ich meine jetzt nicht, dass man den Namen alleine erwähnt, Allah, 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 nicht das meine ich. Das ist keine Sunnah des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Dass wir einen Namen Allahs immer und immer wiederholen, das ist kein Gedenken, das vom Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, vollzogen wird, auch von keinem Sahabi. Das ist eine Erneuerung. Und beim Zikr müssen wir aufpassen, dass wir gemäß der Sunnah Allah gedenken, dass wir nicht irgendwas erfinden, was der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, nicht getan hat. Weil einige Erfindungen, wie gesagt, entweder die sagen dann immer Allah, Allah, Allah oder andere Namen. Oder dann sagen sie nur noch ein Buchstaben, hu, 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 ja. So hat der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, Allah nicht erwähnt und hat nicht so Zikr gemacht. Und das ist unsere Schiene. Wir dienen Allah, so wie der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, Allah angebetet hat. Wieder machen wir was anderes, noch ändern wir etwas oder fügen etwas hinzu. Und natürlich die Sahaba. Die Sahaba haben das gelernt vom Prophet, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibn al-Qayyim sagt, wer davon abgehalten wird, der wird verbannt. Von was? Von der Gefolgsamkeit. Also der ist dann nicht mehr ein Freund Allahs, ein nahestehender Allahs. Wer davon abgehalten wird, was soll das heißen? Vielleicht denkt sich jetzt der ein oder andere ja, aber er wird abgehalten, da kann er ja nichts dafür. Nein, nein, er wird abgehalten als Strafe, weil er Allah vergessen hat. Das ist gemeint. Also nicht, dass wir denken, er wird abgehalten, obwohl er will. Allah nimmt jeden auf, der zu Allah kommt. Aber wenn Allah azzawajal jemanden verlässt, jemanden lässt, dann nur als Reaktion auf die Achtlosigkeit dieses Menschen. Und es ist, und dies ist, also dhikrullah azzawajal, ist die Nahrung der Herzen dieses Volkes. Welches Volk? Al-Auliyah. Also die nahestehenden. Und Al-Auliyah, wir dürfen das jetzt nicht nur im falschen Sinne verstehen. Vielleicht kennt ihr ja der ein oder andere, es gibt Sekten, die im Sufismus zum Beispiel findet man das, die reden immer von Al-Auliyah und meinen die Verstorbenen. Es geht nicht darum jetzt, dass man die Verehrung der Verstorbenen, im Sinne, dass man sie anruft und anbetet, möge Allah uns davor bewahren. Nicht das meinen wir, sondern Auliyah, auch die lebenden Auliyah. Es gibt immer Auliyah, also nahestehenden. Möge Allah uns auch zu Auliyah machen, die Allah nahe sind. Also er sagt, und das ist die Nahrung der Herzen dieses Volkes. Wenn es, wenn Al-Zhikr sie verlässt, also Ibn Al-Qayyim, Rahimullah, ist einfach grandios in der Formulierung. Wenn es sie verlässt, Al-Zhikr verlässt ihn. Nicht er vernachlässigt. Nein, er sagt, Al-Zhikr will gar nichts mehr mit ihm zu tun haben. Wenn er ihn verlässt, werden die Körper zu Gräbern dieser Herzen. Werden die Körper zu Gräbern dieser Herzen. Tote Herzen. Mit anderen Worten. Und Dhikrullah Azzawajal ist der, wie nennt man das, Bau, also wenn man Gebäude baut in einer Stadt, wie macht man das? Wenn du ein Stadtviertel bebaust, Besiedlung, es geht nicht nur um Einbau. Also, dass du eben ein Land, ein Stück Land eben bebaust und die Leute kommen dort und so weiter, es wird eben eine Stadt. Das heißt, dieses Beleben dieser Herzen durch Dhikrullah, dann lebt das Herz, so wie eine Stadt dann auf einmal lebt. Und wenn es aber unterlassen wird, dann ist es unfruchtbarer Boden. Wenn Dhikrullah Azzawajal fehlt, dann ist das Herz wie unfruchtbarer Boden. Und es ist ihre Waffe, mit dem sie die Räuber und Dieben auf diesem Wege bekämpfen. Und es ist das Wasser, womit sie das Feuer löschen. Und es ist die Medizin gegen ihre Krankheiten. Und wenn diese Medizin sie verlässt, dann werden die Herzen zugrunde gehen. Und es ist der Grund oder es ist die Verbindung zu Allah Azzawajal, zum Kenner des Verborgenen, Allamul Ghuyub. Und eben der Grund dieser Verbindung mit Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anhand des Dhikr wenden sie, durch Allahs Hilfe, das Unheil ab. Und sie verlangen durch Dhikrullah von Allah, natürlich verlangen sie das, nicht von toten Menschen. Wie es andere machen, sie erwähnen dann irgendeinen Scheich oder irgendeinen Wali. Das machen wir natürlich nicht, sondern wir beten Allah an. Nur Allah Azzawajal verlangen wir, bitten wir um Hilfe und Beistand. Und sie bitten also Allah Azzawajal anhand des Dhikr, dadurch, dass sie Dhikr machen, die Kummer und Sorgen zu beseitigen. Und dadurch, durch Dhikrullah werden die Schicksalsschläge leicht, also man kann sie ertragen, werden ertragbar. Das war jetzt ein Auszug, ansonsten Ibn al-Qayyim, wenn er mal anfängt. Allahumma barik, rahimahullahu, rahmatan wasi'ah. Ist es ein Meer an Lehren, welches er aufzieht. Dann sagt er weiterhin, Zeyyanallahu bihi al-Sinata al-Zhakirin. Allah fetzierte durch Dhikrullah die Zunge der Gedenkenden al-Zhakirin, also die, die Allah gedenken. So wie Allah Azzawajal den Blick der Schauenden Verzierte durch Licht, wenn du kein Licht hast, kannst du was sehen? Wenn es dunkel ist, kannst du was sehen? Nein. Es reicht also nicht nur das Auge, sondern es muss auch hell sein. Und so ist es. Du hast zwar ein Herz, kannst du dann sehen? Nein. Du musst das Licht anmachen, damit dein Herz sieht. Was ist das Licht? Zikrullah subhanahu wa ta'ala. Und es ist das gewaltigste Tor Allahs. Der zu seinen Dienern geöffnet ist. Also das Tor, welches zu seinen Dienern geöffnet ist. Solange der Diener dieses Tor nicht schließt, wie schließt du das Tor? Durch Achtlosigkeit. Du schließt das Tor. Allah Azzawajal hat es geöffnet. Bitteschön, du willst zu Allah? Bitteschön. Hier. Aber du bist derjenige, der sagt, nein, ich will nicht. Und du machst das Tor zu zwischen dir. Und Allah subhanahu wa ta'ala durch die Achtlosigkeit, die mangelnde Wachsamkeit, dass du Allah vergisst, dass du ihn nicht gedenkst, subhanahu wa ta'ala. Al-Hasanul-Basri, rahimahullah, sagte, Tafakkadu al-Halawa fi thalatati Ashiyaan. Sucht nach dem Genuss bei drei Dingen. Im Gebet, im Dikr und beim Koran lesen. Wenn ihr den Genuss empfindet, diese Süße, den Genuss, dann ist gut. Wenn nicht, dann wisset, dass das Tor verriegelt ist. Möge Allah die Tore öffnen. Welches Tor? Das Tor zu Allah, zur Gnade Allahs. Das Tor, das Allah dich aufnimmt. Das heißt, das ist ein Indikator, ein Maßstab. So wie beim Fieberthermometer, dass du weißt, ob du krank bist oder nicht. Habe ich Genuss am Gebet? Oder bete ich hauptsache, ich habe meinen Job erledigt? Bei Dikr, wie sieht es aus mit Dikr? Ist es eine Last für mich, Allah azzajal zu gedenken? Oder macht es mir Spaß? Und genauso ist es mit dem Koran. Was ist, wenn du nicht jeden Tag Koran liest? Ist es normal? Ja. Wo liegt das Problem? Oder ist es, la ilaha illallah, ich habe heute keinen Koran gelesen. Dann fühlst du, als ob du heute nicht gegessen hast. Und mit dem Dikr besiegt der Diener den Teufel. كَمَا يَسْرَعُ الشَّيْطَانُ أَهْلَ الْغَفْلَةِ وَالْنِسْيَانِ So wie auch der Schaitan jene besiegt, die achtlos sind und vergesslich sind. Also vergesslich im Sinne von Allah zu vergessen. Er will jetzt erwähnen, um zu erklären, wie wichtig Dikrullah subhanahu wa ta'ala ist. Er zeigt dir, wie hat Allah die Menschen motiviert, ihm zu gedenken. Erstens, indem er aufgerufen hat, dass wir ihn gedenken. اُذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِرًا Gedenkt Allah sehr oft. Das heißt, Allah azza jall hat den Befehl gegeben, wir sollen Allah gedenken. Zweitens, indem er verboten hat, den Dikr zu vernachlässigen. Das ist auch eine Aufforderung. Das heißt, wenn Allah azza wa jall verboten hat oder getadelt hat, jene, die Allah nicht gedenken, was ist denn der Umkehrschluss? Der Umkehrschluss lautet, wir sollen Allah gedenken. Das ist auch wieder eine Form zu erklären, wie wichtig Dikrullah ist. Drittens, dass er den Erfolg davon abhängig gemacht hat. Das heißt, du wirst erst erfolgreich sein, wenn du Allah gedenkst. Viertens, dass er jene gelobt hat, die ihm gedenken. Fünftens, dass er jene getadelt hat, die ihm nicht gedenken. Sechstens, dass er die Belohnung erwähnt hat, für das Gedenken. Siebtens, dass er erwähnt hat, dass das Gedenken Allahs größer ist als alles andere. Waladikrullahi akbar. Und das Gedenken Allahs ist größer. Größer als was? Also der größte Lohn. Der gewaltigste Lohn. Wir waren bei siebtens. Achtens, dass er die Beendung der Taten mit Dikr nahegelegt hat. Also das heißt, dass genauso wie du zu Beginn Allah gedenken sollst, immer zum Ende auch Allah gedenken sollst. Und das zeigt, dass es wichtig ist, nicht nur anzufangen mit Dikrullah. Auch wenn du beendest, beendest du mit Dikrullah. Wir fangen an, Bismillah beim Essen, Alhamdulillah. Wenn wir fertig sind, vor dem Eintritt auf die Toilette, machen wir ein Dikr. Danach, wenn wir rausgehen, ein Dikr. Rein in die Wohnung Dikr, raus in die, auch ein Dikr. Rein in die Moschee Dikr, raus, ein Dikr. Immer am Anfang und am Ende. Das zeigt also, Dikrullah brauchen wir ständig. Nicht nur, wenn wir etwas beginnen, sondern auch, wenn wir etwas beenden. Und neuntens, die Benachrichtigung, dass die Leute des Gedenkens jene sind, die profitieren. Also diejenigen, die Allah azza wa jajal gedenken, sind diejenigen, die profitieren werden. Warum? Wie vorhin gesagt, weil sie erblicken mit dem Herzen. So wie das Auge Licht braucht, wenn es dunkel ist, siehst du nichts, auch wenn du super Augen hast. So wirst du auch mit dem Herzen nichts sehen, wenn du nicht das Licht Allahs bekommst. Wer bekommt dieses Licht Allahs? Diejenigen, die gedenken. Zehntens, dass er es zur Essenz der guten Taten gemacht hat, zum Geist, also zur Seele der guten Taten. Wenn es also fehlt, ist es wie ein Körper ohne See. Dann erwähnt er einige Hadith, die dies noch einmal untermauern. Und zwar sagte Abu Huraira, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, eines Tages in Mekka gegangen ist. Und dann kam er bei einem Berg, wobei den nennt man Jumdan. Und dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, Diejenigen werden erfolgreich sein, die, und er sagte, al-Mufarridun, da fragten sie, ja Rasulallah, wer sind diese Mufarridun? Da sagte er, diejenigen, die Allah viel gedenken, unter den Männern und unter den Frauen. Also die Männer, die viel Allah gedenken und die Frauen, die Allah viel gedenken. Und Mufarridun bedeutet die einzelnen, ja, die einzelnen Personen. Und in einem anderen Hadith sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, Soll ich euch nicht berichten über die Besten eurer Taten und die Gesegnetesten bei eurem König, also Allah, sallallahu alaihi wasallam, Und die, die euch am höchsten emporsteigen lassen, in den Stufen, also im Paradies. Und was besser ist, als dass ihr Gold und Silber spendet und besser, als dass ihr euren Feind trefft, so, sodass ihr ihn tötet oder er euch tötet. Dann sagten sie, was ist das? Was ist besser, als all diese Taten? Da sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, Dhikrullah. Und trotzdem vernachlässigen wir, Dhikrullah. Dhikrullah ist ein Elixier, das brauchst du jeden Tag, immer. Du musst dir angewöhnen, einfach immer und ab und zu Allah zu gedenken. Es geht jetzt nicht darum, dass du am laufenden Band nonstop, du wirst nie wieder still. Nicht darum geht es. Aber es geht darum, dass du sehr oft Allah gedenkst. Sehr oft. Jede Stunde irgendwas sagst. Anallah, la ilahe Allah, alhamdulillah, astagfirullah. Ist egal was. Jede Stunde sagst du was. Einmal, mindestens, zweimal, dreimal. Und ab und zu mal nimmst du dir auch eine Zeit, zehn Minuten, Viertelstunde, wo du ein Dhikr öfters sagst. Besonders Jum'ul Jumu'a. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Das ist der Tag der Segenswünsche. Das ist der Tag, an dem du die Segenswünsche aufsagst. So oft du kannst. Und du fängst natürlich an, mit einer bestimmten Anzahl, die wählst du frei, wie du möchtest. Der eine sagt, ich fang bei 100 an. Der andere sagt, ich fang bei 500 an. Aber immer wieder, bitte schön, die Regeln. Fang langsam. Wenn du sagst, ich will bei 1000 anfangen, fang bei 10 Mal an. Und dann irgendwann werden es 1000. Inshallah ta'ala. Auch wenn es nicht jede Woche 1000 sind. Einmal im Monat. Ich habe es einmal im Jahr geschafft, 1000 Mal gesagt an einem Tag. Alhamdulillah, jazakallah. 900 Mal waren. Ist doch egal. Die Zahl, es geht nicht um die Zahl. Es geht darum. Der andere sagt sich, mir geht die Zahl, ich nehme es mit Minuten halt. 10 Minuten, halbe Stunde. Versuch mal, wie oft machst du da Salat an den Nabi, wie oft macht ihr? Ob jetzt Minuten oder Anzahl. Freitags. 20 Mal. Sehr schön. Noch? Wie sieht es bei euch aus, ja? Wenn du reinkommst, der Chef. Meistens sieht der Moschee, 10 Minuten vor. MashaAllah. Also wenn du sitzt in der Moschee, vor Jum'ah fängst du an, Allahumma salli ala muhammad, bis der Imam anfängt. Hey, Jameel, schöne Idee. Jazakallah khair. Auf der Autofahrt zur Moschee. Sehr schön. MashaAllah. Ayoa. Sonst noch irgendwie? Ja? Nach jedem Gebet? Genau. Sonst noch? Irgendjemand, der so eine Gewohnheit hat. Ja? Sonst noch? Salaat ala nabbi? Ja. Nee, das ist, als Sujud da solltest du, nach diesen Adkar, die man sagt, lieber benutzen für Dua. Ja. Taslim? Tasbih, meinst du? Ja. Ach, so. Ok. 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 Damit Allah den Dua annimmt. So sagt Allah khair. Auf jeden. Ja, bitte. Vor dem Schlafen. Sehr schön. Das heißt, mach dir einen Plan. Fang mal an, bei Salat ala nabbi, sallallahu alaihi wa sallam, freitags. Fünf Minuten. Eine Minute her. Fang ist egal, wo du anfängst. Hauptsache, du fängst an, aber es ist immer, Allah, ich habe es vergessen. Sehr schön. Da gibt es eine Erfindung heutzutage, nennt sich Handy. Die Dinger können viel. Da gibt es auch Erinnerungen. Da kannst du einen Wecker einstellen. Und du kannst es sogar so machen, ob du es glaubst oder nicht, du kannst es sogar so einstellen, dass er jeden Freitag zur selben Zeit, dass der Wecker dann schlägt. Und das kannst du benutzen, wenn ihr schon über 90 Jahre seid und immer vergesslich seid. Möge Allah unser Gedächtnis segnen. Dass du dir sagst, okay, um neun Uhr morgens, freitags, klingelt es, Segenswünsche. Dass du dich daran erinnerst. Ist ja nicht schlimm. Zu Beginn hat man diesen Rhythmus noch nicht. Aber irgendwann kommt dieser Rhythmus. Genauso wie du weißt, du stehst auf, Augen sind noch halb zu, du musst die Zähne putzen, du weißt auch, Allahumma salli ala muhammad, bis zum Bad. Allahumma salli ala muhammad, Allahumma salli ala muhammad, dann geht es los mit Zähne putzen. Zum Beispiel, das kommt dann mit der Zeit. Und so ist es mit den anderen Adhkar. Und dann sagt Ibn al-Qayyim, rahimahullah, es genügt als Vorzug des Gedenkens. Wenn nur das wäre, du hättest keinen anderen Lohn, nur das, würde das vollkommen ausreichen, als Motivation, Allah zu denken, zu gedenken, dass Allah prallt vor den Engeln, dass du Allah gedenkst. Und zwar sagte Muawiyah radiallahu an, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu den Gefährten ging, die sich zusammengetan haben. Und er fragte sie, warum sitzt ihr hier? Da sagten sie, wir sitzen hier, um Allah zu gedenken. Und um ihm zu danken dafür, dass er uns recht geleitet hat zum Islam. Und uns diese Gunst erwiesen hat. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, bei Allah sitzt ihr hier nur deswegen. Dann sagten sie, bei Allah, wir sitzen hier nur deswegen. Dann sagte er, ich habe nicht geschworen, weil ich euch nicht glaube. Aber, sondern Jibril kam zu mir und hat mir gesagt, dass Allah mit euch prallt vor den Englern. Subhanallah. Er lobt diese Diener Allahs. Natürlich, die Sekten benutzen solche Hadiths und sagen, siehst du, wir dürfen uns zusammensetzen und sagen, Allah, Allah, haben die das gesagt? Haben die das so getan? Haben die zusammen gesagt, ja Latif, ja Latif, ja Latif, ja Latif, ja Latif, haben die das gemacht? Haben nicht gemacht. Sondern die saßen dort und jeder hat sein Wicker gesagt. Jeder für sich, nicht zusammen. Es wurde von keinem Sahabi und erst recht nicht vom Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, überliefert, dass sie den Wicker zusammen im Chor gesagt haben. Im Chor wurde nie erwähnt. Aber sie benutzen diese Hadith, wir saßen, um Allah zu gedenken, zu gedenken. Wo steht, dass es im Chor war? Ja? Im Chor wurde es nie getan. Also zusammen mit einer Stimme, ja? Das bedeutet, Allah azzawajal prahlt und lobt diese, also prahlt damit, dass diese Diener Allahs Allah gedenken und Allah azzawajal sagte, padkuruni adkurku. Da sagte auch Ibn al-Qayyim, das ist eines der wichtigsten oder größten Vorzüge des Rikts. Gedenkt mir, so gedenke ich euch oder eurer. Gedenkt meiner. Also, wenn du Allah erwähnst, erwähnt Allah dich. Stell dir mal vor, irgendeine wichtige Person erwähnt deinen Namen. Stell dir mal vor, im Fernsehen, okay? Wird dein Name erwähnt. Im Guten. XY hat das und da fühlst du, oh, oh, guck mal, alle Leute haben meinen Namen gehört. Du denkst, hui, was ist das für eine Ehre? Und je wichtiger dieser Typ ist im Fernsehen, umso mehr findest du Stolz und Ehre, oder nicht? Jetzt, vor den Engeln erwähnt ja nicht irgendein Engel deinen Namen. Es ist ja nicht zum Beispiel Jibril, der deinen Namen erwähnt. Es ist Allah, der deinen Namen erwähnt. Der Schöpfer allen Seins erwähnt meinen Namen, obwohl ich doch so viele Sünden habe. Guckt mal, wie großzügig Allah ist. Allah ist nicht nachtragend. Er gibt sofort. Sagst du ja, Rabbi, gfirli. Jetzt war's. Natürlich, wenn du es ernst meinst. Es tut dir wirklich leid. Und deswegen ist das eine Motivation. Manchmal fühlst du dich alleine. Kein Mensch versteht dich. Du hast Probleme, niemand hilft dir. Ja, Rabb. Und Allah erwähnt deinen Namen vor den Engeln. Ja, Rabbi. Und dann wünschst du natürlich etwas. Ja, Rabbi, gfirli. Ja, Rabbi, rahmni. Und im anderen Hadith sagte der Prophet Sallallahu Alayhi wa Sallam, das Gleichnis desjenigen, der seinem Herrn gedenkt und desjenigen, der seinem Herrn nicht gedenkt, ist wie das Gleichnis eines Lebenden und eines Toten. Wer Allah nicht gedenkt, der ist tot. Und wer Allah sehr wenig gedenkt, der ist halbtot. Der liegt da wie eine halbe Leiche, wie jemand, der im Koma ist. Möge Allah uns bevor bewahren und unsere Geschwister heilen. Leblos, so ist dein Herz. Und das ist also der erste Schritt, das ist also dieser Treibstoff, den du benötigst auf dem Weg zu Allah. Je weniger Wicker, umso schwächer wirst. Warum sind wir so schwach? Warum sündigen wir so ohne zu zucken? Warum bereuen wir unsere Sünden nicht? Eine Sünde nach der anderen. Ich habe kein einziges Mal Stagfirullah gesagt, weil ich Allah nicht gedenke. Mein Körper ist leblos. Mein Herz meine ich. Mein Herz ist leblos. Es ist genauso wie ein Körper, der keine Nahrung bekommt, der kann sich nicht mehr so gut bewegen, wird träge und so ist das Herz. Dann sagt Ibn Al-Qayyim rahimahullah, es gibt drei Formen des Gedenkens. Einmal das Gedenken der Namen und Eigenschaften Allahs und zweitens das Gedenken der Gebote und Verbote. Und drittens das Gedenken der Gaben und der Gunsterweisung. Also einmal gedenkst du Allah, indem du eben sagst Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Du gedenkst den Namen und Eigenschaften Allahs. Subhan Al-Khaliq, gepriesen sei der Schöpfer. Zum Beispiel und allgemein gilt, allgemein gilt, du kannst natürlich, das beste Gedenken ist das Gedenken des Propheten Sallallahu Al-Aqsa, also die Wortlaute des Propheten Sallallahu Al-Aqsa, aber du darfst natürlich alle Namen und Eigenschaften Allahs verwenden. Du kannst sagen, gepriesen sei derjenige, der mich erschaffen hat, aus einem Fleischklumpen, aus einem Samentropfen, aus und so weiter. Bitteschön, solange es Islam konform ist, solange du nichts sagst, was dem Glauben widerspricht. Aber das Beste ist immer, mach den Wickel, den der Prophet Sallallahu aufgesagt. Dann die Gebote zu gedenken, das bedeutet, dass du dich erinnerst an die Gebote Allahs, was ist Halal, was ist Haram. Und natürlich die Gaben Allahs zu gedenken. Ja, du bist derjenige, der mir das Augenlicht gegeben hat. Du bist derjenige, der mir diese Gesundheit gegeben hat. Du bist derjenige, der mir die Familie geschenkt hat. Ich hatte ja vorhin erwähnt, möge Allah mit unserem Bruder gnädig sein, Bruder Samir rahimah Allah ist aus Heilbronn. Möge Allah mit ihm gnädig sein, der ist letzte Woche verstorben, also die letzten Tage verstorben, rahimah Allah und er hinterlässt Kinder, möge Allah seine Kinder segnen. Oh Allah, wir bitten dich mit deinen schönsten Namen und erhabensten Eigenschaften, dass du seine Kinder bewahrst. Oh Allah, erziehe sie Oh Allah, mache die, den Glauben in ihren Herzen schmackhaft und bewahre sie vor allen Versuchungen. Oh Allah, lasse sie ein Grund zur Freude sein für ihre Eltern. Oh Allah, sei gnädig mit unserem Bruder, öffne sein Grab, soweit er sehen kann und lass sein Grab ein Garten des Paradieses sein. Erhöhe seine Stufen im Paradies. Ja Rabbal Alamin. Auf jeden Fall sagte Sheikh Anas, Barakallahu Fide, Imam aus Heilbronn, er hat die Nachricht übermittelt an die Töchter und das ist natürlich also an seine Kinder. Er hat eine zehnjährige Tochter, einen fünfjährigen Sohn und einen fünf Monate alten Sohn. Auf jeden Fall sagte Sheikh Anas, ich bin dann zu den Kindern hin und habe mit, besonders mit der zehnjährigen Tochter, die anderen haben es nicht so ganz verarbeitet oder nicht so ganz mitbekommen, altersbedingt. Auf jeden Fall und die Tochter ähm, Sheikh Anas sagte, Barakallahu Fide, es war schon eine Last, die, das zu übermitteln ist nicht einfach. Dann habe ich mir Sorgen gemacht, wie soll ich das tun? Und er sagte dann, er fragte sie, wie lange lebt denn ein Mensch? Sie wusste natürlich, dass ihr Vater krank war. Sie wusste, dass er schwer krank war. Auf jeden Fall dann sagte sie, solange Allah will. Da sagte Sheikh Anas, da wusste ich, es wird doch nicht so schwierig. Weil dieses Mädchen, möge Allah sie festigen, möge Allah sie zu einer tugendhaften Frau machen, dass sie so gefestigt ist. Es geht nicht nur darum, dass sie die Antwort kannte, sondern dass sie die Antwort parat hat. Es kann sein, dass du vieles weißt über Allah, aber hast du die Antwort parat in dem Moment? Und dann sagte er ihr, wenn du mir etwas ausleihst, verlangst du es dann zurück oder nicht? Kann ich einfach gehen und es nehmen? Dann sagte sie, nein, dann verlange ich es zurück. und dann sagte er und so hat Allah uns dieses Leben ausgeliehen und so kehren wir zu unseren Herrn zurück und dann hat sie verstanden, dass ihr Vater verstorben ist. Möge Allah mit ihm gnädig sein, möge Allah ihn als Märtyrer aufnehmen, möge Allah weil er an Krebs verstorben ist Möge Allah seinen Kindern ein glückseliges Leben verschenken, auch seiner Ehefrau, möge Allah ihr beistehen, ihr Kraft geben. Das heißt, warum habe ich jetzt diese Sache erwähnt? Wenn man diese Antwort parat hat, dass man an Allah denkt, das ist Gedenken Allahs. Es geht nicht nur darum subhanallah, 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 aber bei Schicksalsschlägen erinnere ich mich nicht an Allah. Bei Schicksalsschlägen habe ich nicht die Antwort, die ich brauche. Es ist so wie das Medikament deiner Apotheke zu Hause, dass du weißt, okay, bei der Krankheit, da ist das Medikament. Nur dass du weißt, es gibt ein Medikament, heißt Ibuprofen, was bringt mir diese Info, wenn ich nicht dieses Medikament jetzt habe? Und so ist das Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala, es muss parat sein. Wie wird es vorhanden sein? Indem ich es wiederhole, indem ich Allah immer wieder gedenke. Deswegen ist dein Medizin Koffer, da sind alle Medikamente drin, die du brauchst, für jede Situation, für jeden Augenblick. Und wenn du den Koran immer und immer liest, immer und immer liest, dann weißt du, jedes Mal Medizin ist da, und das Medikament ist da, und die Therapie ist da, und die Behandlung ist in dieser Sura, und die OP ist in dieser Sura. Du weißt, alles, was du brauchst, hast du immer parat. Möge Allah uns ein gutes Ende geben. Dann sagte er und das Gedenken Allahs funktioniert anhand dreier Stufen oder Ebenen. Und zwar, wenn das Gedenken Allahs im Herzen und in der Zunge stattfindet, gleichzeitig. Und das ist die höchste Stufe. Die nächste Stufe nur mit dem Herzen. Und das ist die zweite Stufe, also niedrigere Stufe. Und die dritte Stufe ist nur mit der Zunge. Das bedeutet, liebe Geschwister, also was ist denn der Unterschied zwischen Dikrullah mit der Zunge und Dikrullah mit dem Herzen? Dikrullah mit der Zunge ist das, was wir alle tun. Subhanallah, Alhamdulillah, la ilahe illallah, oder du redest über Allah, du liest Koran. Dikrullah mit dem Herzen sind Gefühle, dass du Gefühle empfindest, du fühlst Geborgenheit, das ist Dikrullah mit dem Herzen. Du fühlst Ruhe, das ist Dikrullah mit dem Herzen. Du fühlst Sehnsucht, Zufriedenheit, das ist Dikrullah mit der Zunge. Und das ist ja das, was den Geschmack ausmacht. Wenn du nur Subhanallah sagst, und hier empfindest du nichts, dann wirst du sagen, da fehlt was. Wo ist der Geschmack? Wann kommt dieser Geschmack? Wenn das Herz Dikrullah macht. Und Ibn Al-Qayyim sagt an einer anderen Stelle, es kann sogar so weit gehen, oder es beginnt erst mal, dass du Dikrullah einfach nur mit der Zunge vollziehst. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahumma salli ala nabi, la ilaha illallah, mashallah, tabarakallah, und so weiter. Die nächste Stufe ist, also die erste Stufe, du empfindest nichts, einfach nur mit der Zunge. Die nächste Stufe ist, du empfindest voll, Subhanallah, ich habe etwas empfunden. Die dritte Stufe ist, du sitzt einfach da und auf einmal sagst du la ilaha illallah, obwohl du es gar nicht vorhattest. Das ist eben die Stufe, wenn dein Herz mit Dikrullah beginnt und deine Zunge folgt. Wann kommt das? Das kommt, wenn du oft Allah gedenkst, sodass dein Herz selbstständig ohne Zunge Allah gedenkt, dann kann deine Zunge nicht anders, als das dieses Gedenken erwidert. Möge Allah unsere Herzen beleben. Dann sagt er, und das Gedenken Allahs ist umgeben durch zwei Gedenken, also das der Mensch Allah gedenkt, ist umgeben von zwei Situationen, in denen Allah den Menschen gedenkt. Und zwar einmal vorher und einmal nachher. Wie Allah sagt, so gedenkt mir, dann gedenke ich euch. Und der Prophet sallallahu alaihi sallam überlieferte, dass Allah sagt im heiligen Hadith, wer mir gedenkt in sich selbst, in seinem Inneren, dann gedenke ich ihn in meiner selbst oder in meinem Inneren. Und wer mich in einem in einer Runde gedenkt, in einem Umfeld gedenkt, den gedenke ich oder erwähne ich in einem besseren Umfeld. Und was bedeutet das? Dass das umgeben ist von zweimaligem Gedenken Allahs, also dass Allah den Diener gedenkt, dass du Allah überhaupt gedenkst, geschieht nur, wenn Allah dich liebt. Das ist das Gedenken des Dieners, also dass Allah den Diener gedenkt, erwähnt. Allah leitet dich recht. Dann erwähnst du Allah kommt der Lohn Allah subhanahu wa ta'ala gedenkt dir, indem er dich lobt vor der edlen Schar, also im Himmel, also den Engel. Ibn al-Qayyim rahimah allahu ta'ala erwähnte noch weitere Vorzüge, etwa hundert Vorzüge des Gedenkens. Einige haben wir erwähnt und jetzt wollen wir noch einige andere, werden natürlich nicht alle hundert erwähnen, aber einige. Dazu gehört, das Gedenken Allahs vertreibt den Teufel. Und das ist wichtig, liebe Geschwister. Vikrullah ist sehr, 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 sehr wichtig. Es gibt die Jinn, diese Welt, der Jinn gibt es, daran glauben wir. Und wir müssen uns beschützen. Sehr viele Menschen haben Probleme, sehr viele kommen und haben Probleme. Ich habe Angst oder ich kann nicht schlafen oder ich sehe irgendwelche Sachen und so weit. Und dann, wenn du fragst, wie viel nimmst du denn ein, so Gedenken am Tag? Nichts. Dann ist doch klar, dass dann die Shaiatrin ein leichtes Spiel haben. du musst Allah gedenken, sehr oft. Du musst viele Vitamine einnehmen, viel Iman tanken, dass du öfters Allah gedenkst. Und wie gesagt, das Multipräparat, also Vitamin, ist Koran. Also wer Koran liest, der hat alles. hast einfach alles. Alhamdulillah Du hast alles im Koran. Aber zusätzlich zum Koran auch Allah gedenken, dass Allah zufrieden ist mit dem Menschen, der Allah gedenkt. Möge Allah mit uns zufrieden sein. Was heißt zufrieden? Also Allah vergibt dir. Er wird mit dir zufrieden sein, wenn er dir vergeben hat. Dass er Kummer und Sorgen beseitigt. Das ist auch wieder etwas Psychisches, was wir brauchen. Viele haben Depressionen und so. Natürlich es gibt, ich sage jetzt nicht, wir brauchen keine Psychiater mehr. Wir brauchen natürlich auch die Medizin, Psychologen und so. Aber ich rede von, es gibt viele, die könnten schon diese Situation, die sie haben, behandeln mit Wikfor Allah sagt nicht, dass sie nicht mehr zu den Ärzten gehen sollen, lass dich behandeln. Aber es gibt auch viele Situationen, bei denen eben Vikrullah viel ändern würde. Aber noch einmal, wenn wir hier von Vikrullah reden, ich rede nicht von zweimal Alhamdulillah, Subhanallah, ich habe aber jetzt Vikrullah wirklich gut gemacht. Ich rede hier von einer Therapie, dass du sehr oft und dass du dann auch überlegst, was soll ich denn sagen, nimm dir Blatt und Stift und schreib dir die Sachen auf, an die du denken sollst, wenn du Alhamdulillah sagst. An was denkst du? Wer soweit ist und der kann schon daran denken, bitteschön, der braucht das nicht mehr aufzuschreiben, aber meistens sind wir nicht soweit. Du sagst, Alhamdulillah, an was soll ich schon mal denken? Da vergeht schon mal eine halbe Stunde und du weißt immer noch nicht, an was du denken sollst. Schreib dir es auf. Also ich denke mal daran, dass ich sehen kann. Dann dass ich hören kann, dass ich sprechen kann, dass ich denken kann, dass ich und dann sagst Alhamdulillah und du denkst, dass ich sehen kann. Alhamdulillah und du denkst, dass ich höre. Du musst es nicht aussprechen, sollst es nicht aussprechen. Du sagst nur Alhamdulillah 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 Wie beim Tasbih, also nach dem Gebet. Alhamdulillah Alhamdulillah Wir machen wie? Alhamdulillah an was denkst du nichts? Alhamdulillah an was denkst du nichts? Alhamdulillah an was denkst du nichts? Was wird denn das, wenn es fertig ist? Du sollst an Sachen denken. Alhamdulillah für was? Alhamdulillah dann wirkt es Subhanallah ja was? Weiß ich nicht. Subhanallah und damit ich das trainiere muss ich mir mal aufschreiben. Subhanallah Wie war das mit diesen Bildern von diesem Shuttle Ding da? Wie hieß das Ding? Teleskop James Webb oder was? Habt ihr die Bilder gesehen? Diese Galaxien und so dieses Dings mit Teleskop auf jeden Fall diese Tage die Nase hat ja neue Bilder gezeigt. Schau dir mal diese Bilder an und sagst Subhanallah was für eine Galaxie. Subhanallah was für ein Sonnensystem. Subhanallah die Sonne welche Gase dort sind. Subhanallah wie tief die Meeren sind. Subhanallah ein Wal ernährt sich aus Plankton. wie wird der Satt Subhanallah und so weiter und so fort. Das heißt denke an die Schöpfung Allah Subhanallah wie gewaltig Jibril ist. Subhanallah wie groß der Flügel von Jibril ist. Subhanallah wie die Juwelen schön sein müssen. Die fallen wenn Jibril mit seinen Flügeln flattert. Und so weiter. Also wenn du Dikr machen möchtest musst du an etwas denken. Bei den Sechs wünscht Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Nabi Muhammad Allahumma salli ala Nabi Muhammad An was hast du gedacht? Nichts. Allahumma salli ala Muhammad und du erinnerst dich wie Al-Rasul sallallahu alaihi sallam von Abu Laha seinem Onkel schlecht behandelt wurde. Nimm dir so Szenen aus der Sira. Warum lernen wir das liebe Geschwister wir lernen diese Sira nicht einfach um so Geschichten aus tausend einer Nacht sondern wir lernen sie um davon zu profitieren auch beim Dikr Allahumma salli ala Muhammad und du hast Ghazut Badr sofort in Auge Allahumma 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 salli ala Muhammad Allahumma Allahumma Versorgung Dikr Nuh bahnina Waj Jann An Huh Und er wird euch Kinder oder Vermögen und Kinder geben das heißt er sagte Stigfar Stigfar Allah führt zur Versorgung. Du hast Schulden, mach mal eine halbe Stunde, astagfirullah. Oder eine Viertelstunde, also es geht nicht um die Minuten. Drei Viertelstunde machen. Wenn du Schulden hast und du gehst zum Schuldenberater und da sitzt du fünf Stunden und erzählst ihm deine Lebensgeschichte und du sagst, es war schön, ich konnte ihm alles sagen. Ah, nee, da fehlt noch zwei Stunden noch von die und die Geschichte. Machen. Der beste Schuldenberater ist Allah, er wird dir deine Schulden tilgen. Er wird dich leiten, dass du die richtigen Schritte führst, damit du deine Schulden tilgen kannst. Aber du musst einen Antrag stellen, dass er dir überhaupt hilft. Ohne Antrag? Wer hilft dir ohne Antragstelle? Du musst schon von Allah verlangen. Ja, Rabbi, hilf mir. Wie machst du das? Dikrullah. As-Salatu al-Nabi, Salallahu alayhi wa sallam, ist auch ein Grund für die Versorgung. Als ein Sahabi dem Prophet, Salallahu alayhi wa sallam, sagte, wie viel Zeit soll ich dir widmen für die Segenswünsche? Also wie viel? Die Hälfte oder ein Viertel von Gedenken Allahs für dich? nur Segenswünsche oder die Hälfte oder alles, da sagte er, wenn du alles die ganze Zeit Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Nabi'ina Muhammad, Allahumma salli wa salli mubarik ala Nabi'ina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Wenn du die ganze Zeit die Segenswünsche machst, dann wird Allah all deine Kummer und Sorgen beseitigen. Allah wird dein Genüge sein. Der übernimmt das. Heutzutage prallt man, ich habe meinen Steuerberater und meinen Anwalt. Jemand kommt zu dir, das und das, gehen sie zum Anwalt. Der, du weißt, der erledigt das. Ich habe gar keine Zeit für sie. Wenn du die Segenswünsche aufsagst oft, Allah übernimmt es. Und wenn Allah es übernimmt, der Allwissende, der Allkundige, der Allmächtige, der Allversorger, subhanahu wa ta'ala, dann hast du einen gewaltigen Beistand. Es führt dazu, dass du ihn liebst. Durch Zikrullah liebst du Allah azzawajal. Es führt dazu, dass du dich beobachtet fühlst von Allah. Besonders jetzt im Sommer. Möge Allah uns vergeben und beistehen, die Blicke zu senken, die Versuchungen. Und du denkst ja, warum packe ich das nicht? Wie viel Zikr machst du? Besonders, also guckt mal, liebe Geschichten, wie möchtest du denn deine Blicke senken? Und du gehst raus aus deiner Wohnung und sagst wieder, Bismillah, tawakkaltu alallah. Du sagst gar nichts. Du gehst raus und du hast wieder keinen Antrag gestellt bei Allah, subhanahu wa ta'ala, für Hilfe. Und dann sagst du, warum senke ich nicht die Blicke? Ja, du musst schon Allah, also Allah ist der Stolze, der wird dir erst geben, wenn du was verlangst. Er ist der Stolze, subhanahu wa ta'ala. Aber wenn du rausgehst, Bismillah, tawakkaltu alallah. Wala hawla, wala quwata illa billah. Allahumma inni aaudu bika an adilla au udal, au azilla au uzal, au adlima au uzlam, au ajhala au yujjala alay. Bismillah und so weiter, lies Ayatul Kursi. Und es geht weiter. Kommt die erste Versuchung, Allah hilft dir. Allah hilft dir. Also nicht, dass du dir, ich hab's gepackt. Du hast es nicht gepackt. Allah hat dir geholfen. Es war ja nicht deine Kunst, dass du die Blicke gesenkt hast, sondern es war der Beistand Allahs. Warum? Weil du Allah erwähnt hast. Dass du immer Allah gelähnt hast. Und je mehr Versuchungen es geben wird, umso mehr Dose, also umso eine größere Dose. Bismillah, alhamdulillah, la ilahe illallah, subhanallah, bihamdih, la ilahe illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilahe illallah, wallahu akbar, wa la hawla, wa la quwwata, illa billah. Versuch das mal und dann guck, ob da jetzt ein Unterschied ist oder nicht. Aber du gehst in die Stadt und deine Zunge bewegt sich nicht. Dann kannst du deinen Kopf auch nicht mehr halten. Dann bewegt dein Kopf sich auch von selbst. Möge Allah uns festigen. Er erwähnte dann, dass auch das Herz belebt und reinigt und viele, viele andere Aspekte, die Vorzüge des Dikr sind. An dieser Stelle denke ich, beenden wir inshallah ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen machen, die Allah gedenken. O Allah, reinige unsere Herzen, dass wir dir gedenken. Ja Rabbi, mach uns das Gedenken schmackhaft, auf das wir dich tags und nachts gedenken. Ja Rabbi, lasse uns zu denjenigen Männern und Frauen gehören, die Allah viel gedenken. Ja Rabbi, bewahre uns davor, dich zu vergessen. Ja Rabbi, belebe unsere Herzen mit dem Gedenken Allahs. Ja Rabbi, belohne uns für das Gedenken. Ja Rabbi, lasse uns zu denjenigen zählen, die du lobst vor den edlen Engeln, vor der höchsten Schah. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.